So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu meinem Let's Play von SITUATION. So, wir haben ja in der letzten Folge haben wir fleißig Telefonnachrichten und Einsatzberichte aufgesammelt und wollten als nächstes, genau, hier zu dieser Aufgabe laufen für die Technikabteilung, für ein paar Teile zu sammeln. Genau, richtig, hier rüber. Störung des Waffenhandels. Das tun wir doch gerne. Ach, Kollege, schlaufe doch nicht weg. Oh, Mann. Jetzt habe ich ihn verjagt, dabei wollte ich ihm doch helfen. Yo, Gangsters! Okay. Ich wollte nur nicht, dass ihr Plötzen macht. Gut, 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 gut. Wir haben einen Funkspruch abgefangen. Wir können den nicht verzauern. Ist mir doch scheißegal. Wir sind die Schale von Vorteil. Wir brauchen Waffen, aber... Schlaufe! Wir fassen uns in der 38. West. Markieren. Tun wir doch. Und dann geht es eh jetzt hier wieder los. JTF-Verstärkung angefordert. Ja. Dauert eine Minute 33. Ja, weiß ich. Warnung! Feindkraft in Ehrensicht! Was ist das so lange? Warnung! Spreng vor Richtung, wo wir entdecken. Das wird ein leichtes Opfer. Tut was davon! Zack! So gefällt mir das. Kann ich mich jetzt schön hier hinten schillen an das Gerät. Das macht alles für mich. Warnung! Feindkräfte näher an sich! Naja, es ist so einfach, wird es dann doch nicht funktionieren. Leider. Erprovisierte Sprengvorrichtung entdeckt. So. Nice! Schick, 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 schick. So soll das sein. Schick. Tschüss. Und die nächsten sind gleich eh wieder da. Ja. Da kommen sie doch schon. Was ist das? So. Kampf abgeschlossen. Schön. Danke für die Hilfe, Agent. Wir übernehmen ab hier. Alles klar. Dankeschön. Waffenwerkzeuge. Da haben wir noch einen Kampf. Laufen wir direkt dahin weiter. Fleißig Missionenruppen hier. Dass wir unsere Base ausbauen können. Wie gesagt, ich hätte hier ein komplett ausgebaut. Alles freigeschalten. Für uns Vorteile zu verschaffen. Virusforschung. Sorry, Leute. Warum bleibt ihr nicht unten? Ich hätte euch gar nicht gesehen. Lupenreiner Hedrick. Genau so. Kontaminiertes Gebiet. Wieder mal. JTF Zentrale an alle Officer. Satellitenbilder zeigen eine ungewöhnliche Entwicklung im Sarah Quarantäne Bereich in der 36. West. Das Labor meint, es könnte ein mutiertes Virus sein. Ein Gefahrgutteam muss den Bereich scannen. Ja. Okay. War's das? Das war's. Dann gehen wir mal hier rein. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ja. Filter 2 haben wir. Scanner hochfahren. Alarm. Kontaminations-Scan eingeleitet. Neues Ziel. Muss aber noch zwei Scanner aktivieren. Hier ist keiner. Vielleicht hier. Oh, der Hund. Oh, ich hab's jetzt zerschrocken. Nummer zwei. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier hoch. Hey, Lilly. Aus. Hier oben ist bestimmt noch irgendwo einer. Oder. Wir sind hier noch im Gebiet. So. Scanner hochfahren. Alarm. Kontaminations-Scan eingeleitet. Das haben wir. Sind wir hier richtig? Richtig. Ja, sind wir. Und hier sind doch wieder Kleene. Oh. Scharfschütze, glaube ich. Alter. Alter. Okay. Die haben wir ausgeschalten. Die Waffe haben wir. So. Die Virendaten hochladen. Ziel erfüllt. Kampf abgeschlossen. Virusforschung. Nice, 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 nice. Danke, dass Sie da rein sind. Unseren Patrouillen fehlt einfach die Ausrüstung. Oh, nice. Eine fette Rüstung. Eine fette Weste. SVD-Falsche-Mjäger-Version. Ich würde jetzt gerne mal... Die zwei... Die tauschen wir mal gerade aus. Ja. Sniper-Gewehr. Okay, haut auf jeden Fall mehr DMG. Also halten wir die jetzt mal an. Wo gehen wir als nächstes hin? Nebeneinsatz. Michael Dufresne. Vermisste Person. Gut. Da gehen wir. Zack. Kontaminierte Zone. Ja, da sind wir ja nicht mehr. Alles gut. Chillt doch mal. Warte, hier ist noch ein Laden. Nehmen wir natürlich die Elektronik-Teile noch mit. Aber da kommen wir nicht in den hinteren Raum. Elektronik, Elektronik. Kann ich mir irgendwann... ...was richtig fettes zusammenbasteln, bitte. Bitteschön. Vielen, vielen Dank. So, was haben wir da? Sind wir ausgerüstet. Sind wir auch ausgerüstet. Aber auch nichts Besseres. Nein. Alles gut. Ja. Entschuldigung, ich hab mich nicht berührt. Ich hab die Ausrufezeichen nicht berührt. Neue Belobigungen. Allgemein. Türe aus der Deckung herausschießen. Ja. Ne, das war's nicht. Herumstochern. Öffnen Sie... ...zehn Türen mit dem Dietrich-Satz. Gut. Kampf. Nichts mehr übrig. Wo ist das Ausrufezeichen? Sie haben Alex. Töten Sie... ...tausend Plünderer. Ah, ja. Helfende Hand. Helfen Sie 50 Zivilisten. Alles klar. Überlebensratgeber. Zack. Telefonaufzeichnung. Was glauben Sie eigentlich, was Sie... ...911, um wel... ...zwei... ... bin ganz beschäftigt. Und jetzt haben wir... ...dad, alle Straßen von uns nach Manhattan... ...hallo Schatz, wie ist Lissabon? War schon besser. Hey Mann, was geht ab? Nix. Hey Mann, was geht ab? Nix. Ich chill nur. Willst du diese Sache heute machen? Ja, wäre nicht schlecht. Besser jetzt, bevor die Kacke richtig am Dampfen ist. Okay. Treffen wir uns in der Gasse... So. Ja, hier Rick. Äh, hallo? Hey, Sir. Gefällt dir das? Um vier Uhr morgens aus dem Bett geklingelt zu werden? Agentenspur. Der gehen wir doch jetzt mal nach. Agentenspur. Raymond Ray. Raymond Ray, bla bla bla. Keine Ahnung, hab ich nicht gelesen. ...und etwas mit O. Raymond Ray, oh. Ja. Ja. Da. Raymond... Akte von Raymond Ray, oh. Vermisster Agent, 6 von 20. Tschüssi. Tschüssi, ihr Cleaner Boys. Die Waffen, die haben mittlerweile schon richtig geile Werte. So, vermisste Person. Michael Duvray. Da gehen wir doch jetzt hin. Ah, es ist immer was. Auf den Wegen liegt immer so viel Zeug. Wo ist das schon? Mann, hab ich ein bisschen mehr erwartet. Wenn ich schon so auf dicke Hose macht. Kommt nix. Das ist nur nutzloser Müll. So. Die haben wir auch. Vermisste Person. Kannst dir helfen? Hier, bitte. Gerne. Gute Frau. Sehr gerne. Nice. Also es lohnt sich schon, den Leuten zu helfen. Definitiv. Ich glaube da. Michael Duvray. Aktiviert. Ja, natürlich nehme ich es mit. Ich glaube, da war es. Unbekannt. Status unbekannt. Hey, frische Fußspuren. Aber da stehst du zu dünn. Halte die Augen offen. Hast du die Autos geprüft? Noch nicht. Ich gehe es. Einhalb vier. Einhalb vier. Wir brauchen euch in der Basis. Hey, bring doch ein paar Drittel mit. Wir rücken ab. Oh, Mann. Okay. Von den Gliedern verfolgt. Michael Duvrayne. Und dann gehen wir mal hier runter. Teil drei. Den Bereich sich. So. So. Number one. Number two. So. Dich habe ich. Dich habe ich auch. War es das? Okay, das war es anscheinend. Gut, die Pistole macht wirklich den G. Das gefällt mir. Den Bereich durchsuchen. Müsste irgendwo... Ja, hier auch noch ein Ashes sein. Schätze ich mal. Hier. Ah, nice. Ja, komm. Gib's mir. Es soll aktivieren. Das haben wir. Lasst mich. Ihr habt, was ihr wolltet. Und wir brauchen auch einen Arzt. Ich bin kein Arzt. Ich bin verdammter Pfleger. Habt ihr ihn? Wir sind schon an der Klinik. Ja. Michael Dufresne. Vermisst. Beruf Krankenpfleger. Blutiger Handabdruck. Davis Walker. Gut, kann ich nicht weiter interagieren? Hallo? Wer bist du? Mobiltelefon. Prepaid. Unbekannt. Untersuchen. John Jenkins. Wir haben ihn. Er kommt hoch. Infiziert. Okay, bringt ihn rüber. Kommt schon. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ihnen ist offensichtlich nicht zu kalt. Den Bereich durchsuchen. Welchen Bereich? Ach, den Bereich. Auf die Knie. Haha, tut mir leid für dich. Hey, hau schon ab. So. So. Erste Hilfe Set. So. Weg. Den Bereich durchsuchen. Ja, das hier ist auch mit im Bereich. Irgendwo. Muss ja. Hier. Dann wieder eine. Ein Echo sein. Oder sehe ich es falsch? Michael Dufresne. Hallo? Eshoo. Hallo? Hallo? Hier um die Ecke vielleicht. Vermisste Person. Michael Dufresne. Teil 4. Michael Dufresne finden. Ist der hier drin eingesperrt? Irgendwo? Ist hier noch eine Tür. Haben wir den hier? Gott sei Dank. Die Jungs sind wegen dem hier voll durchgedreht. Ich wusste, Kendall würde jemanden schicken, um mich auszuholen. Vermisste Person. Gut, dass Michael überlebt hat. Unkraut vergeht nicht, oder? Ihre Freundin Lau sagt, sie schickt ihm eine Eskorte. Das ist gut, denn wir müssen ihn jetzt im Auge behalten. Ja. Bitten Sie nur nicht mich darum. Ich will nicht mal ansatzweise in seiner Nähe sein. Okay, super. Ist das auch erledigt? Okay, was haben wir denn dann? Da ist eine Telefonaufzeichnung. Lassen Sie mich jetzt einfach. Ey, du wirst ja gleich abgeholt, Digga. Digga, du wirst abgeholt. Du kriegst eine dicke, fette Eskorte. Und ich? Und ich darf hier immer durch die Gegend laufen. Muss gucken, wo ich bleib. Oh, Leute. Nicht euer Ernst. Ich hab doch hier gerade alles auf... Ich hab doch hier gerade alles aufgeräumt. Gibt's doch nicht. Jetzt schon wieder. Und dann noch ein Elitekämpfer. Okay, alles gut. Ich war wieder zu schnell. Betreten eines sicheren Bereichs. Ich war wieder zu schnell. Das tut mir leid. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Und das wissen wir. Müssen wir ja. Sonst könnten wir keinem helfen. Okay, glaube ich, jetzt hier direkt rein. Sieht so aus. Ist auch gut. Ja. Elitekämpfer, Bosskämpfer. So. Den hab ich. Jetzt noch den. Genau. Jetzt noch den Boss. Ah, mit deinen scheiß Granaten. Die bin ich so auf den Keks. Kollege. Das ist wie so eine Telefonsnachricht. Wo wir bis jetzt immer noch nicht wissen, wofür sie genau gut sind. So. Pisser. Holster. So. Perfekt. Es wird besser. Es wird besser. Es wird besser. Aber die Heimspiele sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die Flughäfen dicht. Also kann niemand weg. Der ganze Liga-Betrieb rot. Die können nicht einfach, äh, nicht spielen. Ich weiß. Die Welt ist verrückt geworden. Ja. Die Welt ist verrückt geworden. Das ist das hier, wo wir jetzt gerade herkamen, oder? Stimmt. Das könnte passen. Ach, nee. Hätten gerade direkt machen können. Aber nein. Wir laufen so gerne hin und her. Yay, wir laufen. So gerne hin und her. Das ist unser Hobby. Das machen wir gerne. Sehr. Wir wenden schon wieder hier rein. Wollt so toll ist. Nebensatz abgeschlossen. Danke. Ja. Und nun? Da ist noch ein Echo. Wo ist denn jetzt wieder unsere Operationsbasis? Ach, man blickt einfach nicht durch. Einsatz. Safe House. Operationsbasis. Komm, zeig's mir. Safe House. Einsatz. Hakel, das Spiel. Da. Operationsbasis. X. Ja. Blitzreise bestätigen. Natürlich. Das sind vier. Warnung. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Ja. Sehr toll. Ausrüstung. Charakter. Taschen. Bauen können wir eh nix. Bauen können wir eh nix. Munition können wir mal nachholen. Hey, was darf sein? Nix. Meine Freunde, nix. Agent, die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen wurdest, unterstreicht nur deine Fähigkeiten. Ja. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Gute Arbeit auf jeden Fall. Danke. Zum Safehouse in Hudson Yards gehen. Wir sehen uns dann später. Sieh an. Sieh an. Are you? Wie keiner was mit mir zu tun haben. Klasse. Okay. Meine Freunde, jetzt sind wir hier in der Hauptbase. Die Folge ist schon wieder voll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls es noch nicht getan, Abo dalassen. Und kommentieren, kommentieren, kommentieren. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.